Damit Sie Prüfungssettings an die neuen technologischen Bedingungen anpassen können, müssen Sie natürlich auch entscheiden können, welche Formen der Nutzung Sie unterbinden, welche Sie dulden oder welche Sie auch fördern möchten. Dazu drei Szenarien. Das erste Szenario sollte natürlich eindeutig verhindert werden, denn hier nutzen Studierende KI-Tools als Shortcut zur besseren Note, indem Sie Ergebnisse von KI-Tools ungeprüft übernehmen oder auch indem Sie fremde Texte mit KI paraphrasieren und dann als eigene ausgeben. Weil Studierende hier nichts lernen, unterläuft eine solche Nutzung von KI-Sprachassistenzen natürlich die Sinnhaftigkeit von Prüfungen. Im zweiten Szenario nutzen Studierende KI-Sprachassistenzen zur Entlastung, und zwar entweder auf der textuellen Oberfläche, indem sie Texte KI-gestützt korrigieren oder stilistisch überarbeiten, die Zitation oder die Formatierung vereinheitlichen. Oder Sie nutzen die Tools für Entlastung im Schreibprozess, etwa als Modelle für eigene Texte, für eine erste Quellenauswahl oder eine Erläuterung komplexer Forschungstexte. So verwendet können KI-Sprachassistenzen auch einen Beitrag zur Bildungsgerechtigkeit leisten. Indem Sie nämlich der Stigmatisierung entgegenwirken, die mit fehlerbehafteten Texten oder Schreibblockaden einhergehen kann, gleichen Sie beispielsweise aus, wenn Studierende keine akademisch gebildeten Unterstützerinnen haben. Im dritten Szenario schließlich nutzen Studierende KI-Sprachassistenzen zur inhaltlichen Qualitätssteigerung. Dafür vergleichen Sie beispielsweise Ergebnisse funktionsgleicher Tools, stärken Ihre Argumente, indem Sie Chatbots als Advocatus Diaboli einsetzen, oder Sie holen sich KI-generiertes Feedback ein. Eine solche Verwendung von KI-Tools greift zwar weit in den Text ein, fordert Schreibenden aber auch ein Höchstmaß an Eigenständigkeit ab. Ich gehe davon aus, dass sich diese Art der Verwendung von KI-Tools als professionelle Praxis in wissenschaftlichen Schreiben etablieren wird. Es ist daher auch ein wichtiges akademisches Lernziel, das allerdings gleichzeitig auch so anspruchsvoll ist, dass es voraussichtlich erst gegen Ende eines Studiums oder sogar auch danach erreicht werden kann. Umso wichtiger bleibt es jedoch, dass ein Studium gut darauf vorbereitet. Die drei Szenarien veranschaulichen, dass es nicht einfach damit getan ist, KI-Tools zu erlauben oder zu verbieten. Ich empfehle Ihnen daher, für jedes konkrete Prüfungssetting zu prüfen, welche Form der Nutzung Sie für sinnvoll erachte. Die drei Szenarien veranschaulichen, welche Form des Studiums berücksichtigt. Wir haben eine große Form der Nutzung. Wir haben eine kleine Szenarien veranschaulichen,